Herzlich Willkommen zu einem Blick auf das JEDO Deluxe Master Set. Wir beginnen mit der großen Spielschachtel, mit neuem Artwork und extra viel Platz. Denn das neue JEDO wird richtig groß. Komplett neu gezeichnete Spielertableaus mit Ausstanzungen für die ganzen tollen neuen Komponenten, wie die neuen speziell geformten Marker und unzählige Münzen. Und es kommt noch besser, denn JEDO wird deluxifiziert. Wirklich jede einzelne Karte im Spiel erhält eine eigene neue Grafik und es gibt zahlreiche neue Inhalte. Zum Beispiel jede Menge Kartendecks, um jedes Spiel nach deinen Wünschen zu gestalten. Alles von einem freundschaftlichen bis hin zu einem Freundschaft beendenden Spiel mit hinterhältigen Attacken ist möglich. Oder die tollen neuen Miepel, die Spezialisten darstellen, die über aufregende neue Fähigkeiten verfügen, um den Arbeiter-Einsatzmechanismus noch strategischer und interessanter zu machen. Du magst Tee? Hervorragend! Denn auch ein Teehaus ist nun mit von der Partie, in dem du neue, spielverändernde Charaktere anheuern kannst. All das und noch vieles mehr erwartet dich in der JEDO Deluxe Edition.